Diese Power! Nationwet. Ja, mein neues Letztest von der Demo-Version von Nationwet, was 2,30 Euro kostet. Und ich werde den Tod mal bescheiden. So, bei Steam-Spielen speichert sich irgendwie die Lautstärke und wir machen Einzelplayer. Und Freeplay! Mal gucken, wie lang das als Test geht. Man muss ja diese Zombies abknallen und dann halt auch Verbesserungen für die Waffen. Liegt auch schon der erste. So. 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 Nee... Ja. Das sind ja alle einig. Ja das war zu sagen, das letzte Test. Das Spiel ist im Großen und Ganzen ganz cool. Wirklich gut gemacht von Steam. Er ist halt von Horv. Und ja wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.